Jetzt müssen wir aber endlich mal... Ja, da sind wir. André, warte, neeeeein! Deine Kiste öffnet, oh nein! Ohhhh, wow. Guck, guck dir, was... Was ist denn das? Das ist ne Iridian-Waffe, oder? Ja. Äh, unendlich Munition. Ich warte, ich will... Was ist denn? Ich wollte sie gerade auch aufheben, ich hab's überlegt, wer wechsel ich sie sofort? Also, wenn das Ding scheiß ist, dann... äh, lass sie bleiben, ich kann zusammen. Yay! Äh, ist denn krass, ohne Energie muss das mal wieder aufladen? Ja. Ja, du kannst damit nicht spammen, irgendwie. Ja, sie hat unendlich, äh, Schuss, weil du keine... du brauchst keine Munition, aber... sie muss sich immer wieder aufladen. Sonst wär die ein bisschen zu imba, würd ich mal sagen. Sieht auf jeden Fall nett aus. Pfff... Also, du kannst sie haben, wenn du willst, ich find die jetzt irgendwie nicht so... Ja, komm mal rüber. Na, gucken... Ah, ich werd sie vor dir drücken! Haha, kommt nicht mehr hier hoch! Neeein! Wo ist die? Ich will die auch mal ausprobieren. Da ist sie. Da ist sie. So. Das scheint aber ziemlich genau zu sein, ne? Also, drei Schuss hat sie, und dann lädt sie erstmal wieder auf. Okay. Ich glaube, das ist auch nicht meins. Äh, wegwerfen so. Ohoho! Ohoho! Ist lustig, aber irgendwie, ne. In nem richtigen Gefecht hast du dafür keinen Nutz, keinen Gebrauch. Das ist mehr so für den Erstschlag. Danach musst du dann zu den anderen Waffen wechseln. Hm, ne, ne, ne. Zack, 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 zack. Und zack. Geben diese Viecher eigentlich noch, die das hier gebaut haben, diese Waffe? Das werden wir ja herausfinden. Vielleicht, wenn wir die Kamera öffnen. Ich würd aber sagen, nein. Müssen wir uns beeilen, wir wollen ja schließlich noch... ...zweiten Teil spielen. Ach, das schaffen wir. Wieso sollten wir uns beeilen? Einfach ganz entspannt. Uah! Hä? Ist voll komisch. Ähm, wir müssen... Irgendwer von euch morgen nicht da? Ich bin... nicht da. Ach. Pfuh. Aha. Ich hab ja gesagt, können wir den ganzen Nachmittag durchzocken oder sowas. Wir kommen mal voran hier. Ja, wir haben immer irgendwas, was dazwischen kommt. Ach, Arbeit ist überbewertet. Ja, ich weiß, aber ach, die bezahlen mich sonst nicht. Wenn wir mit YouTube genug Geld machen würden. Was ist so los? Das geht sowieso nur in der Schokolade rum. Oh, random Headshot! Oh, das war vielleicht nicht so schlau. Nein. Die sind überall, das ist das Problem. Oh nein, der explodiert! Die, 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 die... Oh, den krieg ich aber noch. Sag ich doch. Scooter und sein schwarzes Bett. Oh, da ist immer noch ein Schläger. Jetzt nicht mehr. Hat sich ausgeschlägert. Ja. Das war sein letzter Schlag. Ähm... So, können wir hier noch irgendwas machen in der Region? Ne. Wo geben wir das eigentlich ab? Okay, da müssen wir ganz woanders hin. Also, ein Schluck gegen den Kater. Mann, diese dämlichen Spider-Hands nerven! Was zur Hölle? Nach einer halben Million Crits sterben die dann auch mal endlich. Mistenduro. Okay, das hat aber noch geklappt. Sehr gut. Oh, die hatten was getroppt. Die wollen auch nicht sterben, oder? Ja. Das ist eine ziemlich schwache Sniper-Rifle. Oh, König und Königin sind hier am Start. Mhm. Ich verstehe nicht, warum sie beim ersten Mal nicht gespawnt sind. Ich bin hier einfach ganz entspannt reingefahren und das war's. Naja, jetzt sind sie alle umgefallen. Geld! Naja, Trolle und so, ne? Oh doch, noch nicht alles. Trolls? Trolls will be trolling? Oh Gott. Alter. Wenn die mal nicht nerven würden, diese kleinen Feuerviecher. Kann ich bei dem Rest schönen Crit machen. Ich find's lustig, wie sie schießen, so. Hinterteil nach oben, schön, äh, diesen Schwachpunkt zeigen und dann sterben. Wir fixen uns voll, was? Ja, das sieht irgendwie eklig aus. Oh, der, der fängt an zu rollen. Da werd ich aber richtig wütend. Boah! Bam. Knallharter, Abknaller Spider-End. Was? Hölle. Überhaupt keine merkwürdigen Namen. So. Weiß jetzt einer, wie man seinen Skill beendet? Äh, hier ist was für den Soldaten. Äh, ein Säure-Artefakt. Aaaaah. Munition. Ja, Munit, ja. Mann, Nadler. Wie, wie? Wie, wie? Baguette, Baguette. Oh Gott. Wie, wie, wie? Ich kann kein Stück Französisch. Äh. Hörs, wir machen schnell weg auf. Paschon, paschon. Heute bin ich mal der pinke, äh, Power Ranger. Hahaha. Go, go, Power Ranger. Myeow. Teletubby, ja. Teletubby geht ja mal gar nicht. Es ist viel zu mä.. Es ist zu männlich. Verdammt, man kann da wirklich nicht durch. Bring mal da rüber. Ich hab's probiert, das geht nicht. Unsichtbare Wand. Ihr könnt da auch warten, ne? Nur nicht in ein Menü gehen. Oh, klinger. Ich warte. Und gleich. Blink. Ach, verdammt blöd. Naja, irgendwo kriegst du ein bisschen was zu tun, von nachher. Und. Naja. Komm schon. Zack. Geht doch. Ist ich mit dir ein Tomahawks? Was soll das? Ah, jetzt ist irgendjemand im Menü. Nicht in ein Menü gehen. Hehe. Oh, ich hab wiederum Hedgehardt gegeben. Hehehe. Hehehe. Gbrrrr. Oh, toll. Gegen die können wir jetzt auch gleich wieder kämpfen. Vielleicht hab ich nicht angeschwindelt. Dieses Alien-Kacken-Schwarzen-Dings. Das hat Krom. Der hat mich zweimal niedergestochen. Was erzählt der? Oh, er ist der Stecher. Hey. Wo der nicht grad niedergestochen hat, hat er das nicht gesagt? Die Story im ersten Teil ist irgendwie auch meh. Schätze finden auf Leveln. Bessere Schätze finden. Keine Kugel mehr! Spaß auch. Bam. Ähm. Ja. Er ist irgendwie knallhart, säurig und alpha. Bambambam. Der muss mal das Hinterteil zu mir zeigen. Kann ich auch ein bisschen mehr Schaden machen. Au. Alter, der dreht sich die ganze Zeit zu mir. Was soll das? So kann ich nicht arbeiten. Der hält aber schon ne Menge mehr aus, als ich erwartet hab. Ich stell einfach mal auf ihm oben drauf. Ja, irgendwie ist die Säure-Waffe dagegen nichts. Versuch ihn mal zu den Fässern zu locken. Ja. Oder auch nicht. Jetzt sind sie kaputt. Kiss me man! Hilfe! Ja, ich lenk ihn ab. Komm her! Komm her! Der Knall hat er so. Alphas Gag. Der, der Name ist zu lang, um da irgendwie richtig angezeigt zu werden. Stirb endlich! Gottverdammt! Jetzt muss ich nachladen! Gerade, wo er fast tot war. Ach! Oh! Oh! Oh, wow! Wo wurde es denn hingesprengt? Ein Stückchen! Cool! So, Crazy Oil! Bitteschön! Das nächste Fragment... Und... Dosen mit Skagfleisch! Wohl. Die werden wir nicht sammeln, oder? Näääh! Näääh! Lass den, lass den komischen Chrom töten. Genau. Dann müssen wir wieder zurück. Irgendjemand muss da abkrieppen. Ah ja, ihr aktiviert mal das nicht weiter. Oh ja, cool. Und ich kann mal hier ein bisschen, äh, das ist aufleveln. Das heißt, ich darf. Du darfst laufen. Ja, ja, das ist es. Aule Bande, ihr. Ach man. Zack. Noch mehr Schaden. Ich würde ja mitkommen. Das dauert halt nur einen Moment. Ich hätte mir Munition kaufen sollen, fällt mir gerade eine. Du brauchst doch keine Munition, du nimmst die nächste Waffe. Hätte mir Freunde kaufen sollen, ist mir was eingefallen. Äh, nee. Auf dir W.O.W., da hast du ein paar Millionen. Alter. Alter, da hat man sicher viele Freunde. Er kennt sich da aus mit W.O.W. Okay. Wo müssen wir denn hin? Da. Okay. Andere Richtung. Wir müssen nach links vom Startpunkt aus gesehen. Warum hat der ein Schild? Warum? Warum hat der ein Schild? Ich will auch so ein Schild. So. Er hat voll das Kackschild gehabt, aber warum hat der ein Schild? Das ist ein Nahkämpfer. Warum werde ich getroffen? Was? Da. So. Was wollen diese kleinen Arbeiter mal dienten eigentlich von mir? Ich hab keine Muni, verdammte Kacke. Hättest du dir wohl welche kaufen sollen? Danke. Das kam zu spät. Ach, das schafft ihr doch. Das ist doch nur ein Knallharter. Ja. Noch was übrig. Oh, der Turm wird sich gleich freuen. Ich kann ja auch mal rein. Lied ein bisschen auf. Und der ist umgefallen. Dollar. Ich glaube, der eine Automat geht nicht. Der eine spinnt. Warum werden die Ruhe nicht mehr ab? Noch mehr Gegner? Plump. Ha, crit. Kann ja passieren. Malivan. Malivan. Oh, guckt euch mal den Stabilized Revolver an, das oberste. Mann, diese Waffen. Die haben überhaupt keinen Sinn. Der hat nicht mal einen Zielfernrohrgen. Das ist einfach nur Damage. Da drunter die Lightning Sniper. So viel Müll, was es in den Shops gibt. Warum gibt es nicht mal wieder so eine richtig gute Waffe, so wie in dieser Kiste. Äh. Ja, oder auch nicht. Kaboom. Ja, war schon wieder ein Puny Sniper. Ich gehe jetzt schon mal zum Catch-a-Ride. Dann gehen wir auf zu Chrom. Dann finden wir das eins... Ein Karma-Schlüsselfragment? Das erste? Zweite? Zweite. Zweite. Ja, das erste haben wir bei Sledge gefunden. Ich höre. Aye. Dann ist ja alles gut. Wie viel brauchen wir? 50? Geh mal da oben. 42. 5,5. Äh. Mal P. So. Toll. Works every time. Ups. Jetzt bin ich auch. Jetzt häng ich auch. Fest, verdammt. Wunderschön. Bei mir steige ich... Ich steige aber nicht aus, ne? Es geht davon aus, dass es klappt. Ich glaube, du musst ihn flippen, André. Den anderen. Ah. Immer diese Arbeit. Ey, es klappt. Es wackelt. Es funktioniert halt mal gar nicht. Ich glaube, ich bin in die Luft gesprungen. Ups, das wollte ich nicht. Äh. Da haben wir einfach die Plätze gewechselt. Okay. Ich glaube, das hat schon besser funktioniert. Oh, was ist der? Ähm. So. Jetzt hat's geklappt. Ähm, wo müssen wir hin? Aye. Okay.